Hallo zusammen, Aizocke hier. In diesem Video zeige ich euch die Quest Klauen aus der Tiefe, einzunehmen bei Karl Boran im Sumpfland an dieser Stelle. Vorquest war, wenn das Leben dir Krabbel schenkt und ab geht die Post. Questgebiet ist gar nicht so weit entfernt. Wir müssen Mervlox der Blaukimmel töten, zwölf Stück, und Gopplers Kopf benötigen wir. Ich zeige euch, wo der Goppler sich befindet, beziehungsweise wie der aussieht und so weiter. Töte ein paar Mervlox und dann werde ich eine kurze Unterbrechung machen, weil das ganze dauert ziemlich lange. Schaut mal, hier haben wir Mervlox, die zählen für die Quest. Dann haben wir hier die Obakel, die zählen auch für die Quest. Pulle ein bisschen zusammen, damit es schneller geht. 3 von 12. Und jetzt fragt ihr euch sicher, wo ist Goppler? Den brauche ich, den will ich, aber nicht zu finden. Ja, das ist ein bisschen fies, denn dieser Goppler faturiert ein bisschen. Mal schauen, ob ich ihn gleich finde, vielleicht hat ihn aber auch ein anderer Spieler getötet. Mervlox. Da haben wir so einen Witzenspringer, der zählt auch zu dieser Quest. Ich maunte mal kurz auf und fliege über dieses Questgebiet, damit ich dann die kurze Unterbrechung machen kann, sonst dauert das ewig bis ich alles zusammen habe. Mervlox, Mervlox. Hat jemand von euch Goppler gesehen? Man kann es auch so machen, Enter, Schweigstrich, D-A-R und Goppler. Ich glaube, der ist gerade tot. Na gut, ich mache jetzt die kurze Unterbrechung und sobald er da ist und euch zeigen kann... Ah, schaut mal, da ist er! Wie gesagt, der faturiert in diesem Gebiet. Könnt nachschauen, ob er bei euch auch an dieser Stelle ist. Vielleicht habt ihr Glück. Ansonsten müsst ihr ihn ein bisschen suchen. Ist so ein violetter Mervlox. Sieht ein bisschen anders aus. So, nun mache ich die kurze Unterbrechung. Bis gleich. Da bin ich auch schon wieder. Äh, nicht vergessen den Kopf von Goppler zu looten. Der benötigt diesen Kopf. Landet bei mir nicht im Winter ist Quest-Item, aber man muss den Kopf looten. Gopplers Kopf. Sobald ihr alles zusammen habt, also den Kopf von Goppler und die anderen Mervlox, ist die Quest abzugeben bei Karl Boran im Sumpfland. An dieser Stelle, ich weiß nicht, warum das Fragezeichen hier hinten ist. Können wir ja vorbeischauen, ob man da die Quest auch abgeben kann. Hm, sieht nicht so aus. Also, verbuggtes Fragezeichen. Oder ich bin verbuggt. Keine Ahnung. Ich hoffe, mein Video konnte euch helfen. Falls ja, könnt ihr gerne auch mir helfen. Einfach indem ihr das Video positiv bewertet und oder meinen Kanal abonniert. Dazu blende ich euch auch hier in der Mitte so einen Abonnierknopf ein. Und in den Kommentaren gibt's noch den Link zu meinem Twitch-Kanal. Wäre cool, wenn ihr auch da vorbeischaut. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag und viel Erfolg. Ciao.